Hallo zusammen, es ist wieder Freitagabend, wir haben den 26. Januar, halb sechs, bevor ich zum DAX komme, Einspruch zu LVMH. Die haben heute Zahlen gebracht und die Zahlen waren also wirklich erstaunlich gut. Man muss sich mal bedenken, da ist Russland nicht mehr, spielt keine große Rolle mehr, China in dem Jahr auch nicht, aber die sind so gut aufgestellt, die haben sich alles wieder reingeholt über Thailand, Indien, Indonesien, Japan. Also was der Arnaud da macht, das ist schon sensationell. Die vierten Quartale, und dazu zählt dann auch L'Oreal, Bernorica, Kering und natürlich LVMH, sind, so wie ich das festgestellt habe, meistens die besten. Klar, Weihnachten. Der Albtraum eines jeden Mannes ist ja, wenn er zu Beginn von Dezember seine Frau fragt, Schatz, was willst du denn zu Weihnachten haben? Meistens kriegt er dann als Antwort, ach du, den Kindern geht's gut, dem Hund geht's gut, Oma, Opa geht's gut, uns geht's gut. Oh, ich brauche eigentlich nichts. Aber weißt du, ich bin neulich mit meiner Freundin Dralala in der Maximilianstraße an Louis Vuitton vorbeigekommen und da gibt's eine klitzeklitzekleine Tasche, die heißt Petit Palais, sowas in schwarz. Naja, jetzt ist es ja so, die Evolution geht an uns Männern auch nicht vorbei und wir können auch zwischen den Zeilen lesen, meistens zumindest. Zumindest glauben wir das auch. Und diese Aussage heißt, das andere ist so, Junge, wenn das Ding nicht unter dem Weihnachtsbaum liegt, dann kannst du die nächsten 30 Jahre im Keller übernachten. Also geht der Mann, pflichtbesessen, zu Louis Vuitton, drückt dem Grüß-August den Euro in die Hand, dass er an der Schlange vorbeikommt, steht vor der Tasche. Dann gibt's die auch noch in schwarz. Sagt er, toll. Und irgendwie kommt dann ein Preisschild raus. Das Letzte, was er hört, ist sein Kopf, der auf dem Boden des Ladens aufschlägt. Nach zehn Minuten, sagen wir mal, unruhigem Schlafes und wenn er Glück hat, durch die freundlichen Hände einer Verkäuferin, die ihn reanimiert, ist das Erste, was er hört, Mais Monsieur, vous savez bien, happy wife, happy life. Tja. Und schon ist er gefangen. Also ich mach das überspitzt hier. Man kann sogar noch weiter treiben, wenn dann an Weihnachten die Aussage kommt, ach Schatz, das wäre doch nicht nötig gewesen. Also irgendwie so ein Spruch mit einem Fußball ab und zu auch mal loslassen. Aber nochmal, die Zahlen sind gigantisch. Dass daraufhin der Wert 95 Euro steigt oder 55 Milliarden, das weiß ich jetzt auch nicht, ob das sein muss. Aber er ist in einem Schlag hoch hier, ihr seht das, bis zur 200-Tage-Linie gelaufen. Das ist echt schon beeindruckend. Und die Kehring und die Bernorica direkt hinterher. L'Oreal noch nicht so, aber ich weiß jetzt nicht, wann die die Zahlen rausgeben. Der Kasper der Woche geht aber an eine andere Aktie. Und zwar an die Freunde hier. Das ist Adolf Dassler. Da gehe ich mal auf den Stundenchart. Ich habe das immer wieder gesagt. Die Adidas, die Conti oder die Vata. In den Sack gesteckt, draufgehauntet, triffst immer einen richtigen. Das ist der Stundenchart. Also, give me a puff of whatever they smoke. Entweder ist das hier merkwürdig oder das ist merkwürdig. Das ganze Ding ist merkwürdig. Es ist ganz, ganz schwierig zu handeln. Da gibt es also den Kasper der Woche. Jetzt gehen wir in der, die das DAX. So, hier ist er. Machen wir was Seriöses mal. Entschuldigung, aber der Spruch musste sein. Die 17.000, das ist der Stundenchart, Entschuldigung. Tagesschau, 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 hier. Die 17.000 zieht natürlich. Das ist, für mich ist das Pflicht. Der muss da jetzt endlich truff dran drüber gehen. Je länger das dauert, desto unschöner wird es hier. Aber wir sind momentan sowohl vom Oszillator als auch von der Trendfolge über. Die traditionelle, aber auch die moderne Sichtweise weiterhin positiv. Der muss das jetzt nur endlich mal vollziehen. Als Widerstände habe ich den Bereich 17.200, das kann aber auch 17.300 sein. Ich sehe hier keinen echten Widerstand, außer dem All-Time-High. Die 17.000 ist auch eine psychologische Marke. Keine Frage. Als Unterstützung für den Fall, dass wir das jetzt wieder nicht haben, habe ich als allererstes die 20-Tage-Linie bei 16.671. Die Umsätze sind jetzt nicht so überragend. Aber wenn er es schafft, da drüber zu gehen, dann muss er das in der nächsten Woche machen. Das ist auch Monatswechsel. Man sagt immer, da kommen frische Gelder am 1. Das weiß ich nicht. Aber bis zum Donnerstag gebe ich ihm, dass er das schafft. Wenn er das bis Donnerstag einschließlich nicht schafft, dann wird er sich hiermit wieder unterhalten. Und danach habe ich erst den Bereich um das untere Band, 16.400. Ich habe euch folgende Scheine mitgebracht. Das sind die gleichen wie auch am Mittwoch. Und ich möchte nochmal auf den hier hinweisen. 17.221er Put. Fast ein 60er Hebel. Nochmals, das ist keine Option, die man sich hinlegt und sagt, woher wird schon. Das darf man nur dann machen, wenn Verkaufssignale kommen, über Stunden oder 4 Stunden Basis. Ansonsten ist das Ding echt zu heiß. Der kann innerhalb von einer halben Stunde kaputt sein. Also, alles in allem, ich bin noch positiv. Er darf das, er muss es schaffen. Das ist die Pflicht. Was er dann als Kühl macht, der DAX, das weiß ich nicht. Aber das ist eigentlich die Pflicht und das muss er schaffen. Aber die Zeit läuft ihm ab. Bitte bald. Ich wünsche euch noch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye. Bye. Vielen Dank.